Oh, frühe Frau. So, jetzt werde ich hier auf jeden Fall mal einen zweiten Ofen bauen. Perfekt. Ah, nee, das Buchstein, wo ist denn der oben? Da. Der Rohfähn, der Rohfähn, der macht was er will. Ach, ich war aber, ah, ich habe er. So, brauchst du Kohle, ich hab genug. Äh, nee, ich will selber. Nee, ich hab Kohle, ich hab 40 Kohle. Ich kann ja was abgeben. Oh, warte, boll. Ich geb dir... Wenn du was zu essen gehst. Nee, ich brate ja grad was. Ich hab auch nicht so viel. Vom Essen hab ich nicht so viel. Wo bist du da? Lass mal da stehen, ich geb dir Essen. Wenn ich essen Kohle, genau, ich geb dir Essen hier Kohle, bitteschön. Lecker. Danke. Bitte. Nein, es ist kein Rohes. Ich brate doch gerade. Gib mir dann, wenn schon, das Rohr und dann brate ich das Rohr. Mit E. Ja. Danke. Danke. Da hab ich noch was. Danke. Dann gibts mir den ganzen... Du hast es einfach aufgelamelt, glaub ich. Ah nee, ich hab's aufgelamelt, alles gut. Also, ähm, Leute, ihr könnt es auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, wenn ihr was in die Kommentare schreibt. Ob ich's lieber so haben wollt, also so, dass ihr nur meinen Bildschirm seht, oder dass ihr, ähm, auch den Bildschirm von meiner Mutter halt, dass ihr halt quasi beides seht, da kommt ein Schleim, Schleim, Hallo, Vorsicht, Schleim. Ich bin untergefallen. Ja, ja, ich, ich kämpf gegen den, alles gut. Alles gut. Boah, ich bin gestorben. Och mein, wie was los? Da kam ein Zungenred. Ja, ich hab, ich hab den Schleim unter Kontrolle, aber... Warum ist da einfach so ein Slime-Bahn? Ja. Ja, dann mach wieder Erscheinen und komm. Oder liegen deine Sachen? Oh, ich weiß nicht, wo es war. Siehst du meinen Namen? Warte mal. Da ist die Bergbank. Weißt du noch, wo, ähm, du dann hingegangen bist? Ja, geh rüber, ne? Ja, ich weiß es nicht. Also, du musst es ja selber finden. Ich, ich versuche hier nicht zu sterben, okay? Ich mach mir jetzt erstmal hier ein Eisenschwer, damit ich hier ein bisschen besser bin, siehst du, ne? Vielleicht Rüstung. Ja. Ich hoffe, das Skelett, das da drüben ist, sie sieht mich jetzt hier nicht direkt. Ähm. Dann mach ich mir hier mal Rüstung. Zack. Oh Mann. Zack. Ich bin hier mal ein bisschen besser ausgerüstet hier. Zack, zack, zack. Zack. Juuu. Digglululul. Probier ins Wasser zu springen, okay? Hallo, wir wissen nur. Oh, der Mond. Hallo, Mond. Da ist Wasser, probier da rein zu springen. Schaffst du. Ey, komm, das musst du schaffen. Ach. Ja, locker. Oh, da unten sind deine Sachen. Ich will da jetzt nicht rein springen. Warte kurz, selbst stehen. Halt, stopp. Hier, ich gebe dir, ich gebe dir ein Schwert. Okay, das liegt neben dir. Da. Da. Damit ist ein und kämpft, denn das schaffst du jetzt, das ist ein Zombie. Ja, das ist so, da oben. Ist egal. Also ich würde sagen, das schaffst du, oder das ist ein Zombie. Okay. Ähm, darf ich sein, dass die ganze Zeit hier rauszuschneiden? Nein, also vielleicht. Lass es auch einfach so. Da habe ich kein Essen. Kannst du mir das runterwerfen? Komm doch hoch. Geht denn? Halt seine Rolle. Ey, Leute, ähm, aber ich fände es echt cool, wenn die mal ein bisschen mehr in die Kommentare schreibt, dass sie so ein bisschen aktiver werden. Also... Bleib mal da stehen. Geh mal zurück wieder. Weil, ähm, dann kann ich die auch lesen und liken. Ich hab gesagt, bleib stehen. Wo bist du denn? Ja, oben, ich hab dir grad das Stein hinzugeworfen, dass du hochkommst. Das liegt da. Und... Ja, weil dann kann ich auch auf eure Kommentare eingehen und so, wenn ihr es zum Beispiel sagt, ja, ich finde es voll blöd, dass du das machst und so bla bla bla. Ähm, also das... Hier ist noch ein Stein. Das hier, dass man nicht beides sieht, sondern dass man nur eins sieht. Ist voll blöd, dann mach ich halt beides. Oder wenn ihr sagt, ja, das voll cool und noch nächste Folge bitte, ähm, hier den anderen Teil des Bildschirms. Dann mach ich das natürlich gerne auch. Also, weil ich bin ja euer... euer Diener. Ich werde mal eine Steinspitze machen lassen. Keine Ahnung. Ich kann ihr auch was geben. Wir haben ja eine Steinspitze. Ne, ich will doch selber machen. Ich will nicht, dass du mir alles schenkst. Ja, okay. Nur freundlich schenkst. Ich hab jetzt nur... Ah, ich hab keinen Helm, schade. Egal, ich mach mir das erstmal eine... Keine Achse hier. Zack. Okay. Perfekt. Hab ich Stein? Hast du Stein? Pegel. Das ist gebraucht. Aber. So. So, wo ist das Essen? Ja, warte hier. Hab ich noch? Ja. Da. Ist alles gebraten, also. Zack. Also, es ist jetzt noch nicht erst, wenn du's halt brauchst, wichtig. Ich mach mir mal so. Abs. Zack. Erweckt. Bist wieder runtergefallen? Nee, ich bin jetzt da dann. Ach, okay, jetzt runter. Ich würd sagen, ich baue mal hier alle Sachen ab. Und... Was soll man eigentlich jetzt machen? Vielleicht ich gerne mal anfangen mit nem Haus... Haus bauen. Ich würde eigentlich gerne mal anfangen mit nem Haus... Haus bauen. Und... Was soll man eigentlich jetzt machen? Ich war gut. So. Ach, ich muss mich jetzt sortieren. Das brauch ich mal. Ja, okay. Oh, da ist ein End am Ende. Ich bin hier seelenvoll vorsichtig aus bei dem Tech-Topic. Ich geh mal hier runter, da sind ein paar Monster, aber... Ist egal. Ja, perfekt. Oh, hier sind noch Sachen von dir. Schau mal. Ja, nee, die Brau ist nicht. Hast du weggebrochen? Ja. Achso. Creeper. Oh. Was mir gerade auffällt, wir haben keine Fackel, aber ich hab keine Fackel. Weiß ich mal mal welche. So. Kann man die hier auch machen, ohne Werbung? Doch, kann ja. Ach, ich hab gerade einen sinnlosen Werbung platziert. Oh, hier ist Gold. Kann ich... Hab ich... Ich hab... Eisenloch, ich hab ne Eisenschläge. Gold. 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 Aber gleich wieder aus der Höhle raus, also du hast sie dann für dich alleine. Ja. Ja. Weil ich noch mal will. Ich will jetzt hier nicht drei Stunden lang in der Höhle sein. Und dann hier auch mal ein bisschen was bauen. Soll auch nicht langweilig sein, ne? Wir bauen ist eigentlich meistens ein bisschen langweiliger, aber naja. Au! Aufs Gerät, mein Lieblingsfreund. Na, wie geht's? Ja, langsam kurz mal was essen würde ich sagen, oder? Hey, guck mal, cool, das Wasser fließt einfach nicht weiter. Tschüss. Problem ist, irgendwie beendet mein Rekorder hier die ganze Zeit die Kameraaufnahme. Deswegen muss ich das jetzt hier durchgehend immer wieder schneiden. Also ihr, ähm, solltet jetzt nicht, äh, euch wundern, dass es hier so übertrieben oft geschnitten ist. Es geht dann irgendwie alle, jede Minute einmal irgendwie so raus aus der Kamera. Warum ist das nicht? Ja, keine Ahnung. Ich finde den Stein hier übrigens voll schön. Mhm. Also den nehm ich mir auf jeden Fall mitzubauen. Vielleicht so für den Boden oder so. Stück gemütlich. Und Leute, schreibt jetzt in die Kommentare, was für ein Haus ich baue immer. Also, ob es jetzt, keine Ahnung, ob es immer so ein zehnstöckiges Dach ist, äh, ein Haus ist. Ob es ein richtig großes Haus ist, mit nur so zwei Stöcken. Ob es, keine Ahnung, was für ein Haus ist. Ob es, ob ich immer einen Berg reinbaue, ob ich immer in die Erde reinbaue oder so. Und halt auch, ähm, was meine Mutter immer für ein Haus baut. Schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Ob ihr das Richtige erratet. Wer das Richtige erratet, drückt auf jeden Fall ein Herz in die Kommentare. Wie glaub ich denn jetzt? Boah, die geht ja ganz schön runter hier, die Hölle. Hä? Ach so, 61, hui, ist aber schon viel. Ist immer so still, wenn ich nicht rede. Ist immer so still, wenn ich nicht rede, so. Ist immer so still, wenn ich nicht rede, so. Hm. Hat es ja auch mal ein bisschen reden. Ich rede halt nicht so viel, was soll ich reden? Ich baue gerade Eisen ab. Bei mir ist es halt so in meiner Seele irgendwie keine Ahnung. Ist auch bei Nennart so, das ist auch, er redet auch immer während des Spiels. Weil selbst wenn ich jetzt kein YouTube-Video aufnehme, ähm, rede ich trotzdem Assis-Kiri. Ich glaube, ich sehe deinen Namen. Hab ich gerade zumindest gesehen. Ach, da bist du ja. Ah ja, du bist da. Ja, ich mache jetzt hier. Wo bist denn du da runtergefallen? Da wo das Wasser hat, da wo das Wasser war unten. Ja, da war Wasser. Ja, da draußen. Okay. Ist ja voll hell. Jetzt guck. Ja, voll voll viel sehen. Also ich hoffe auch die Helligkeit, weil bei den letzten Videos ist ja, wenn man hier ins Inventar geht, war es ja viel zu hell. Aber ich glaube, dass sie das ganz gut aufnimmt. Es flackert ja ganz schön. Und ich hoffe, das stört auch nicht so. Aber ich glaube nicht, dass das so schlimm ist. Jetzt. Ich möchte mal hoch. Ja. Davon ist Gold. Ist ja nicht so schlimm, du musst ja jetzt nicht. Ich muss jetzt erstmal eine Eisenrüstung machen. Hast du Eisen? Ja. Es war... Ja, fast eine halbe Stunde rum. Ich glaube, das ist dann auch schon... Das zweite ist schon rum. Geht schnell, oder? Wir haben noch nichts gemacht. Naja, also ich habe fast komplette Eisen. Ich habe eigentlich komplette Eisenrüstung und so. Mein Haus habe ich das noch nicht gebaut, aber... Naja. Wir können ja nächstes Wochenende weitermachen. Bei der Welt hier so. Boah, hier ist voll die große Eisenquelle. Aber pass auf, wenn du in die Lava fliegst, ist alles vorbei. Das ist mir schon mal passiert. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben, das war irgendwie vor vier Jahren oder so. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Diamanten gefunden. Und dann habe ich mich so hoch gebaut und dann kann man einfach nur um Lava. Hm. Das ist schlecht. Ich kann übrigens auf der Xbox kann ich übrigens Farce blütschen. Hier nicht. Wie man gerade gesehen hat. Ja, das ist ein bisschen blöd. Irgendwie geht es nicht so gut. Ich kann sogar ein bisschen Boom-Walk. Ich möchte zu dem Gold dann. Oh Gott. Warum sehe ich ihn jetzt? Das nervt irgendwie. Aber die Essen ja. Boah, krass. Ich sage dir so die ganze Zeit, du sollst essen. Ich habe selber kein Essen auf 1,5 Jahrzeh. Ja, das ist wirklich. Ne, Bär hat gerade runtergefallen. So, so. Hä? Alles klar. Hä? Das ist reagiert voll seltsam. Ich muss mich echt wieder dran gewöhnen hier auf der Xbox zu spielen. Die bauen sich irgendwie auf der Xbox baut sich der Charakter sozusagen. Also der Stevie. Probier nicht. Halt viel schneller hoch als auf dem Computer. Also ich suche jetzt erstmal einen Ort aus wo ich mein Haus bauen will. Ob du auf derselben Seite das machen willst oder auch woanders. viel auf jeden Fall schön, wo viel Wiese ist und so. Wo viel. Wo schön so ein schöner Ausblick so ein bisschen. Ein bisschen Grenzstein. Und ja. Ich glaube ich gehe mal in die Richtung. Hier sieht es ganz schön aus. Und also Leute hier die Auflösung für das was ich vorhin gesagt habe mit den Kommentaren. Hier habt es nochmal kurz Zeit. Was ist in die Kommentare zu schreiben mit den Häusern was ihr denkt. Und dann sage ich es euch mal. Und zwar. Wir können ja Pause drücken. Und zwar ist es so. Ich baue gerne. Oh hier ist die Werbung. Ich baue gerne in Berge rein. Also so dass es viel Ausblick hat. Oder ich baue große Villen. Sonst eigentlich nicht. Ich baue selten kleine Häuser. Ich baue selten weit nach oben. Ich baue eigentlich nur Villen. Und.